Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Geeks of Heroes. Ja also eine kleine Preview zum neuen Sif Raid, der wird auch wieder vier Phasen haben und auch hier wieder der Hinweis Beta Gameplay, das kann sich also noch ändern. Hier haben wir also jetzt Phase 1 gegen den Darth Nihilus und ja wir sehen jetzt schon ein bisschen was, Steve ist recht interessant. Er hat mal Akba Lead mit Einsiedler Yoda, den neuen Visas Mar, Kommandos Skywalker und BB-8. Kurz Anmerkung noch, zu jeder Phase wird es auch eine Phasenfähigkeit geben, also zumindest für die ersten drei. Für diese geile Animationen. Auch der Blickwinkel finde ich sehr gut, das wäre so, keine Ahnung, sieht irgendwie gut aus. Das Ganze ist übrigens ein Stufe 6 Raid, also man braucht sechs Sterne Charakter, um den zu machen, das ist nicht der heroische Modus. Also man kann sich da schon etwas denken, wie schwer dann der heroische Modus wird. Das blaue Schildsymbol, das ist jetzt die Phasenfähigkeit und heißt, äh, anprägebe will oder unzerbrechlicher Wille. Die Fähigkeit ließ sich gefolgt, erhalte unzerbrechlicher Wille für eine Runde lang. Diese Einheit kann diese Fähigkeit nur einmal benutzen, aber eine zusätzliche Verwendung kann durch das Versiegen von bedrohlichen Feinden erlangt werden. Ähm, das haben wir jetzt noch gesehen, der, wenn man den SIV Maradeur und den SIV Attentäter tötet, dann kommt man diesen Buff auch, oder man, äh, behält ihn. Ist ein bisschen unklar, das Ganze. So, ein unzerbrechlicher Wille macht nämlich folgendes, kann nicht ohne eine Gesundheit reduziert werden, das heißt, derjenige dürfte eigentlich nicht sterben, das ist halt das jetzt so, ist jetzt so raus, muss durch feindliche Angriffe angegriffen werden und Tempo minus 10 Prozent. Und Zugleiste kann nicht geändert werden, dauert eine Runde lang. Hm. Ist ein bisschen merkwürdig, denn, äh, wie ihr sehen könnt, ist der Buff die ganze Zeit aktiv bei den beiden, äh, bin mir nicht sicher, ob das jetzt so gewollt ist, oder ob das nur verpackt ist, wie gesagt, Beta-Gameplay, also, vom Entwickler, Bild unten rechts, jeder Nummer. Äh, ist also ein bisschen merkwürdig. Ja, hier hat jetzt Daphne-Hilos den, äh, Kommandos Skywalker getötet, und der kommt definitiv nicht wieder, auch wenn Visasmar, äh, nachher ihre Heistigkeit benutzt, also, die würde dann halt den Kommandos Skywalker eigentlich wiederbeleben, aber das geht natürlich nicht, das heißt also, das Ultimate von Daphne-Hilos ist auch hier, äh, wirklich, äh, das Ende. Ich bin gespannt, ob man hier eventuell sogar, äh, wir sehen's nachher noch, äh, das Schwester-Nacht-Team mit dem Zombie reinnehmen kann, äh, ob der das dann auch, ob er den Zombie da wirklich tötet, ja, oder ob er dann wiederkommt. Wir sehen mal gleich hier, dieses ist Bauder, hat jetzt auch diesen Buff, äh, äh, unserbrechlicher, ja, unserbrechlicher Wille. Der stirbt gleich, und jetzt hat BB-8 diesen Buff, deswegen, äh, ich denke mal, wenn man diese Gegner tötet, die das haben, dann wird das auf irgendeinen zufällig verteilt, äh, mehr sehe ich da jetzt leider auch nicht raus. Warum das allerdings jetzt, äh, bei den eigenen Leuten scheinbar die ganze Zeit drauf ist, und es ausläuft, obwohl es da steht, ja, ist natürlich immer so eine Frage. Wir sehen aber zum Beispiel auch, äh, das macht halt Schaden direkt auf die Gesundheitsleiste, also er ignoriert die Schutzleiste, und, äh, dafür ist halt dieser unzerbrechliche Wille auch da. Ja, das heißt, zu Phase 1, recht interessant, aber auch recht kompliziert und fand das Gameplay passt irgendwie nicht ganz zu dem Fähig-Fan. Habt ihr ja gerade gesehen, die ist gestorben, also war sie dann auch weg. Ja, und da sind wir jetzt auch schon in Phase 2, die wird also gegen Darth Sion stattfinden, und auch hier sehen wir drei Gegner, zwei Siv-Marodeure und eine Siv-Attentäterin, die halt erstmal weg müssen. Und ich würde gleich auffallen, dass, äh, Darth Sion keinerlei Debuts bekommt, das heißt also, äh, man kann ihn nicht verinnern, dass er zum Beispiel countert, das macht er nämlich auch die ganze Zeit, äh, er hat mir jetzt halt Schwester-Nacht-Team genommen, ich glaube, das ist auch, dürfte fast die beste Wahl sein, weil, ja, durch die Counter-Angriffe, äh, weiß nicht, wie hoch die Chance ist, aber, er countert jedenfalls ziemlich oft und geht dann halt immer auf den Zombie drauf, weil der halt immer ein Penken ist, äh, ja, wir sehen also, wir machen die drei einfach weg, die können übrigens D-Rocks bekommen, aber, äh, darf Sion bekommt ihr auf jeden Fall keine, aber man kann ihn zum Beispiel auch den Buffen entfernen, also das geht, aber, ja, ja, wir sind kurz gesehen, dass es eine Stufe 6-Rate ist, deswegen, das habe ich schon mal dringen lassen, ja, es resistet und resistet, also ich denke mal nicht, dass er irgendwelche D-Bas bekommt, äh, zumindest während diesen 5 Minuten hat er nicht einen drauf gehabt, so, da kommen wir zur, äh, Phasenfähigkeit, die heißt, Suf oder Verrügen und macht folgendes, Entferne alle Stabels von Zyklus des Schmerzes und Kreislauf des Leids von dieser Einheit. Tja, mehr steht da nicht da, also mehr macht sie auch nicht, äh, was genau das jetzt bringt, äh, das sieht man leider im Gameplay nicht. Ja, wir sehen halt nur, dass der Schmerz, äh, stackt, ähm, ich glaube immer nur, wenn der D-Darf-Zion countert, obwohl jetzt hat sie zum Beispiel, die Mutter Talzin hat das jetzt auch einmal mehr bekommen, auch wenn er nicht gecountert hat, also, hm, jetzt haben beide mehr gekommen, ja, also D-Darf-Zion und der Zombie hat eins mehr gekriegt, hier müsste man echt mal wissen, wann das progt, also wann er einen Stabels mehr bekommt, und, offensichtlich geht das auch nicht, wenn er jetzt die Fähigkeit macht, haben wir gerade gesehen, das ist ja die Fähigkeit, die im, normalen D-Darf-Zion, die man halt dann auch freischalten kann, äh, ja, alle Buffs entfernt und dann halt dieses, diesen Schmerz drauflegt, macht er hier zum Beispiel nicht, äh, das ist irgendwie sehr kompliziert, aber immerhin, also das Zombie stirbt jetzt auch gleich, und wir sehen, dass er auf jeden Fall wiederkommt, und, also, ich denke mal, Schwester Nacht Team, dürfte hier ganz gut brauchbar sein, äh, wenn du, könnte man hier auch ein Team benutzen, was, äh, ja, wiederbelebt, na, wir werden sehen, sieh, da, er bekommt halt keinerlei Debuffs, also, absolut nix, ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, sobald, also Stack bis 5, na, dieses, dieser Schmerz, und, äh, sobald es den 5. Stack erreicht hat, wird's, ähm, ja, Zyklus des, äh, Kreislauf des Leidens, äh, heißt das, und, oder, totals, kriegt das jetzt auch gleich, Achtung, ja, ähm, ja, da wäre halt noch schön gewesen, wenn man das noch, äh, wissen würden, was das dann nun für, Auswirkungen hat, und ob man das wirklich entfernen muss, äh, weil, ihr seht ja, im Gameplay benutzt, der, der das nochmal spielt, ich weiß nicht, ob er es aufgenommen hat, äh, nicht einmal diese Fähigkeit, ja, dieses, äh, Beruhigen, und, äh, ja, vielleicht ist es eher sinnvoller, das schneller zu entfernen, ist so meine Vermutung, aber, ja. Hier hat übrigens gerade Assage Wendris, äh, seinen Buff entfernt, ah, den Angriffs-Buff, und dadurch hat er einen neuen Debuff bekommen, ähm, ich bin mir fast schon sicher, dass das bewirkt, dass das Team mehr Schaden macht, äh, weil ich sitke gerade 69.000, hat gerade, äh, Mutter Talzin gemacht, und jetzt, der Zombie 11.000 Schaden, Assage 32.000 Schaden, das hat immer mehr Schaden als, die sonst bekommen, und, äh, denke mal, das liegt an diesem zweiten Debuff, der jetzt, äh, da noch mal bei Darfzion drauf ist, und nochmals allgemeines, ich weiß gar nicht, was euch aufgefallen ist, es gibt keinen Flucht-Button links, das heißt also, man kann seine Charaktere nur einmal benutzen, wenn man den Schaden behalten möchte, den sie gemacht haben, und, äh, ja, man kann sie halt nicht die nächste Phase, zum Beispiel, mitnehmen. Hier muss man sich ganz gut überlegen, äh, wen man denn, in welcher Phase steckt, aber da wird es dann wahrscheinlich auch, sehr schnell, äh, ja, gute Teams zum Stellung geben. Ja, es stimmt dann noch die Al-Darka, aber, äh, es sind eh nur noch sechs Runden bis zum Endomatch. Kommen wir zu Phase 3. Ja, und da sind wir schon, in Phase 3 gegen Darf Dreyer. Die Phase gefällt mir am besten von den Animationen her, und ich sehe auch, alle drei Schwerter von ihr sind, äh, Ziele, die man besiegen muss. Das Blaue, was sie da bekommt, heißt, äh, Bonds of Weakness, äh, und es müsste heißen, ähm, Fesseln der Schwäche, denke ich mal, Bonds of Weakness, äh, Fesseln der Schwäche, ist das, was bei ihr hochstackt, was es jetzt genau macht, wissen wir jetzt auch oder nicht, aber jedenfalls jedes Mal, wenn sie Schaden bekommt, bekommt sie ein Stack mehr. Ja, hier sind die drei Schwerter, die verursachen, äh, offensichtlich verwirren und, äh, wanken. Schade, als du kein Lassel. Gefällt mir. Ähm, offensichtlich muss man sie hier auch, der Toppel will ich sie nicht nennen, aber, äh, wenn man alle drei Schwerter besiegt hat, äh, ja, geht sie zu Boden, was ihm umdreht, dass das Schwert nicht eingriffen wird, ich hab keine Ahnung. Hm. Die Animationen sehen halt sehr gut aus, keine Ahnung. gefällt mir richtig gut. Also gesehen ist das Schwert auch noch weg. Jetzt ist sie halt zu Boden gegangen, äh, hat dieses Stun-Symbols draufhauen, aber wenn es ist wahrscheinlich kein Stun ist. Ja, dann kommen wir mal zur Phasenfähigkeit, die heißt Standalone oder alleine stehen, das sehen wir nachher noch mal kurz. Ähm, macht folgendes, stell dich darf Dreier, ohne auf die Stärke anderer angewiesen zu sein. Für drei Runden nimmt diese Einheit 50% weniger Schaden und alle anderen Verbündeten werden drei Runden lang unterdrückt. So, und unterdrückte Verbündete gewähren diese Einheit basierend auf ihren Rollen einen Teil ihrer Werte. Tanks geben dem also 100% Sähigkeit, Angreifer plus 100% Angriff, Unterstützer oder Heiler geben 100% maximale Gesundheit. So, und das Aktivieren von Standalone entfernt alle Stapel von Fesseln der Schwäche von Traier, also diese blauen, äh, ja, blauen Dinger da. Äh, diese Fähigkeit hat eine globale Abkunftszeitung und kann nur von jeder Einheit einmal verwendet werden. Das heißt also, man muss immer einen nach dem anderen wählen dann. Ja, weiter geht's. Inzwischen hat's schon 16 von diesen blauen Bonds of, ja, Pessendär Schwäche, äh, Bonds of weakness. Ja, das ist, äh, 20. Ich weiß ja nicht, wie hoch man das decken lassen sollte. Äh, ist natürlich immer möglich, dass die, derjenige, der das hier aufgenommen hat, äh, das nicht ordentlich spielt bei allen Trendphasen. Äh, keine Ahnung. Werden sehen, wie oft das dann, wann man das dann entfernen sollte. Äh, ihr seht aber auch, wenn sie, am Boden ist, so wie jetzt, bekommt sie auch keine weiteren von diesen, äh, ja, das ist ein Fesseln der Schwäche. Man sieht schon, der Schaden, den man halt machen muss, ist schon enorm. Also wenn wir jetzt hier bei 0,7% sind, äh, da muss man einiges machen dann am Ende. So, sind die Schwerer wieder da. was auch nicht genau, wann sie da weitblick bekommen. Sieht halt so gut aus, wenn alle drei auf den Gegner einprügelen. Gefällt mir richtig gut. Ist ja was schon schade, dass das dann nicht so bei dem normalen PvE-Charakter, äh, sein wird. Äh, meistens. So, jetzt hier mal hier Standalone, ja, Wios Standalone, du schießt, darf treiben, wie heute. das hat er jetzt bei, äh, na, bei Savas Opress gemacht und die anderen drei sind halt jetzt getarnt und können, glaube ich, nichts weiter machen für drei Runden lang. So, währenddessen hat er halt, äh, alle, er sieht es, dabei, Savas Opress ist das ja wirklich, äh, eine gute Idee, das ihm zu geben, weil, äh, er hat ja eh schon von Haus gute Überlebensfähigkeiten und, ja, ja, viel mehr passiert, also nicht, ähm, dann kommen wir mal zu Phase 4, die werden wir nicht zu sehen bekommen, wir wissen auch nicht, was da die Phasenfähigkeit sein wird, ähm, weiß ja auch noch nicht, wann der Red freigeschaltet wird, aber, äh, Cablet Games möchte uns das nicht verraten, nicht zeigen, von dem müssen wir das dann selber ausfinden, auch wieder, wie gesagt, werde ich wieder Videos machen zu dem Sif Raid, vielleicht sogar mal Livestream, da muss ich erst mal gucken, äh, wann und wie das Ganze dann stattfindet, aber ich denke mal, die Preview ist ganz gut, äh, und ich hoffe, wir schaffen das Ganze dann, weil ich will den Charakter unbedingt haben, dann danke mir wieder fürs Zuschauen und, äh, ja, bis zum nächsten Video, vielen Dank für's Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, über einen Daumen nach oben und ein Abo, würde mich natürlich sehr freuen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.